Ähm, schön! Leute, ich habe noch... Sag mal, was siehst du! Wir sind sehr modern. Es ist ein sehr frisches Klima hier. Und wir sind familiär für mich. Hier bin ich einfach nicht nur irgendein Romere, sondern wieder wirklich wertgeschätzt. Was die AdWise besonders macht, ich glaube, die drei Wörter sind zuverlässig. Ich habe das Gefühl, sie sind nicht nur einfach so begriffen, sondern es wird hier wirklich auch gelebt. Man kann es auf die AdWise verlassen und intern kann man es auch auf die anderen Leute verlassen, wenn man auf jemandem etwas braucht. Das Wort Team bedeutet eine gute Zusammenarbeit. Kommunikation ist ganz wichtig. Ganz klare Ziele zu setzen. Es arbeitet nicht jeder für sich alleine, einfach an seinen Aufgaben. Dass man auch wirklich Sachen direkt angeht und die Probleme direkt und offen anspricht und es gibt keine Hinterdur-Kultur. Man kann zu Hause arbeiten, man kann flexibel arbeiten. Ich war schon recht häufig im Ausland, vom Reisen her, und habe dort auch die Arbeit mitgenommen und unterwegs dort arbeiten können. Es wird einfach nicht geduldet, sondern es wird auch fast ein wenig vorgelebt. Und das ist recht cool eigentlich. Sechs Wochen Ferien ist sicher ein riesen Vorteil, den Beratis hat. Die Flexibilität, die man hat. Man kann über Mittag Sport machen, am Nachmittag kommen, ich arbeite am Abend länger. Was wir bei Beratis sonst noch haben, ist das Bonussystem, das sozusagen eine Gewinnbeteiligung von den Firmenzielen und von den persönlichen Zielen mit sich bringt. Kulinarisch ist es so sehr spannend. Bei uns in den neuen Büro-Rühmlichkeiten haben wir einen schönen Tisch, wo wir zusammen essen, grosse Terrassen, wo viel gegrillt wird. Es sind viele kleine Sachen, oder einfach eine Töckchen-Challenge durch den Tag, irgendwann mit den Kollegen. Kommunikatives sein, das ist ganz wichtig bei uns. Wirklich offen für Neues, für neue Technologien, für ein neues Arbeitsumfeld. Es ist mehr als nur ein Job. Und, ähm, lieb, sollte man sein. Die Zusammenarbeit ist perfekt, die Atmosphäre hier ist auch sehr gut und das ist auch ein wichtiger Punkt. Man hat immer ein offenes Ohr, auch bei der Geschäftsleitung. Datvis steht für mich einfach immer so, mit dem Namen für Qualität. Ich bin mittlerweile fünf Jahre in Atmosphäre und habe in dieser Zeit recht viele coole Leute kennenlernen. Das Herz ist irgendwo am richtigen Fleck. Um zu lachen, hat man nicht verloren. Also, sie ausgeht bis hier.